Hast du schon gehört? So kam es zum Absturz von Rapper Hatta. Jeder Mensch, der sein Ding getan hat für uns und dafür bezahlt werden muss, der muss auch bezahlt werden. AON-Insolvent, Goldman-Insolvent. Und Grund dafür? Weil ich, wie gesagt, die Kontrolle verloren habe. Ja. Bei 30 Mitarbeitern und keine Ahnung, 10 Firmen. Insolvent hin oder her. Immer noch warten viele Mitarbeiter auf ihre offenen Gehaltszahlungen. Die GmbHs sind jetzt am Arsch und dann habt ihr Pech gehabt, alle und so. So bin ich nicht, weißt du? Ich arbeite mit Gottes Physik. Seit ich das tue, funktioniert mein Leben viel besser. Für Hatta ist klar, alle offenen Rechnungen müssen bezahlt werden. Ich treffe Leute, mit denen ich seit 10 Jahren arbeite und sage, hey Bro, was, meine Rechnungen seit 4 Monaten? Ich trete die nicht bezahlen? Ich so, wie, Digga? Jeder Mensch, der sein Ding getan hat für uns und dafür bezahlt werden muss, der muss auch bezahlt werden. Und wer trägt eigentlich die Schuld an der Pleite von AON und Goldman? Das ist am Ende meine Schuld, so. Ich hätte alles besser überwachen müssen. Ob die offenen Rechnungen wirklich irgendwann beglichen werden, bleibt offen. Für mehr Rap-News macht das Plus weg und folgt unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.